So, und das Mikro war wieder die ganze Zeit aus. Was haben wir gemacht? Eine Basiskonstruktion, 4x4 Breite, Tiefe und Höhe. 4x4x4 Der innere Teil ist nur 2x2 groß, deswegen um Platz zu haben, habe ich hier keine Treppe gebaut, sondern einfach nur einen Türrahmen mit dem Netz. Man klettert also am Netz in den ersten Stock, der dann breiter ist und im Inneren eine Treppe hat, bis rauf in den dritten Stock mit Erdgeschoss, vier Stockwerke. Hier unten werden die Vendoren drin sein. Peu-a-peu eingebaut, Türen als Platzhalter, zwei Kisten haben wir aufgestellt, die quasi verfügbar sind, wenn ein Stückes Netz hochklettert. Und damit können dann hier die Vendoren direkt aufgefüllt werden. Beziehungsweise entleert. Komischerweise hat das hier mit dem Boden, obwohl ich immer versucht habe mich auszurichten, das ist nicht ganz geklappt. Schon ein bisschen komisch. So, die Innenwände werden nach außen zeigen, damit der Schicke aussieht. Unten muss ich mal gucken, ob es zu bleibt oder nicht. Aber insgesamt, wie gesagt, hier Kantenlänge, vier Teile und das wird auch für die Höhe gelten. Eins, zwei. Kommen wir von hier. Also unten Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock und fertig. Ja, und jetzt muss Holz ran. Und da da hinten auch zwei bauen, ist hier natürlich kein Holz. Aber da hinten ist ein Wald, also ein paar de Probleme. Das ist irgendwie eine komische Satellitenschüssel. Keine Ahnung, was es hier an Loot gibt. Nicht Featuren, ne? Finden wir aber raus. Squid Metal auf jeden Fall. Und natürlich muss man immer dreimal drum herum rennen. Nicht weil es spannend ist, sondern weil die Leute dann länger im Spiel bleiben. Ich muss das nach unten auf jeden Fall gehen. Was ist denn das Schild? Schauen wir mal. Schöne alte Bomben hier. 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 Das war's. Das war's. Alles mitnehmen, was da ist. Und wenn es nur Shorts sind... Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Laute 1 Nimm mal mit. Nimm mal mit. Das sind wir hier. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Lass mal da. Nimm mal mit. Gut. Nimm mal mit. Hot aus. Screenshot. Hot aus. Hot aus. Stream Pause. Tienes mal.